Es gibt Spielraum für Verbesserungen. Verbessere dich unablässig. Lass uns sehen, wohin es dich führt. Jeder als irgendjemand erleuchtet im Vergleich zu sich selbst. Du magst wunderbar sein. Aber du bist deiner wunderbaren Seite nicht treu. Ich strebe nicht nach Erleuchtung mit 100%iger Ernsthaft, Kishthat, weil ich auf einer gewissen Ebene nicht überzeugt bin, dass es in dieser Lebenszeit geschehen wird, angesichts meiner Begrenzungen. Wie kann ich diese mentale Einstellung, die ich habe, überwinden? Hast du Menschen, die diese Möglichkeit nahe kommen, gesehen? Und wie stehen meine Chancen? Strebe nicht nach Erleuchtung. Du kannst Erleuchtung nicht anstreben. Wie kannst du etwas anstreben, das du nicht kennst? Wenn du etwas anstrebst, wirst du nur anstreben, was du kennst. Wo ist der Sinn, etwas anzustreben, das du bereits kennst? Wo ist der Sinn, hinter etwas herzulaufen, das du bereits kennst? Wenn du also in etwas hineingehen musst, das du nicht kennst, gibt es nur eine Sache, einfach weiterzugehen. Behalte eine feste Richtung bei und gehe weiter. Vielleicht ist es eine falsche Richtung, das spielt keine Rolle. Geh einfach weiter. Der Planet ist schließlich rund. Unweigerlich, wenn du weitergehst und weiter geradeaus gehst, nicht im Kreis herum. Wenn du nur geradeaus gehst, wirst du unweigerlich irgendwo hinkommen. Niemand kann es dir wegnehmen. Weißt du, wenn du einen Hund zu Hause hast, dann wüsstest du das. Wenn du ihn nur am Schwanz kitzelst, wird er seinen eigenen Schwanz jagen. Okay, viele Menschen tun das. Ihrem eigenen Schwanz jagen sie hinterher. Sogar Leuchtung ist ihr eigener Schwanz. Niemand hat dir gesagt, dass es so etwas gibt. Aber auf jeden Fall kannst du von einer Person zur anderen sehen, eine Person scheint etwas besser dran zu sein, einfach so wie sie ist, nicht wegen ihres Geldes, nicht wegen ihres Reichtums, nicht wegen ihrer Qualifikationen, sondern einfach wegen der Art und Weise, wie sie sitzen und stehen, scheint jemand besser dran zu sein als jemand anderes. Ja oder nein? Es gibt also Spielraum für Verbesserungen. Verbessere dich unablässig. Lass uns sehen, wohin es dich führt. Aber wenn du ausgefallene Ideen davon hast, was Erleuchtung ist, dann wirst du dieser albernen Idee nachjagen. Und diese Idee ist niemals Erleuchtung, weil es deine Idee ist. Du kannst keine Idee von etwas haben, zu dem du keinen Zugang hast, nicht wahr? Alle deine Ideen, Anliegen, Dinge, die du bereits kennst, können Abwandlungen und Kombinationen der gleichen verdammten Sache sein. So wie Gott. Weil du ein Mensch bist, ist Gott ein großes menschliches Wesen, nicht wahr? Wir sind ein bisschen Liberale, also haben wir Tiere, Vögel, Schlangen, alles, Elefanten, Kühe, alles zu Göttern gemacht, weil wir verstehen, sie können schließlich ihre eigenen Götter haben. Aber wenn du sehr dogmatisch und starr bist, denkst du, nein, Gott ist ein Mensch, und zwar ein Mann. Und außerdem hat er blondes Haar. Das ist eine sehr starre, dogmatische Idee. Menschen, die in anderen Teilen der Welt lebten, konnten sich niemals einen blonden Gott vorstellen. Sie können es einfach nicht. Kannst du es? Ich bin sicher, afrikanische Götter haben krauses Haar, indische Götter haben tiefschwarzes Haar. So etwas. Es ist also unsere Idee. Unsere Ideen, egal was wir tun, kommen nur von dem, was wir bereits wissen. Sie können nichts anderes sein. Denke dir also Erleuchtung nicht aus. Du wirst dich nur lächerlich machen und dich im Kreis drehen. Wenn du ein absolut, absolut, das heißt, bedingungslos wunderbarer Mensch wirst, machst du dir keine Sorgen, ob du erleuchtet bist oder nicht. Andere Menschen werden es tun, wenn sie wollen. Sie werden sagen, oh, im Vergleich zu mir ist er erleuchtet. Jeder nennt irgendjemand erleuchtet im Vergleich zu sich selbst. Schau mich an, wie ich bin, schau ihn an, wie er ist. Er muss erleuchtet sein. Aber es gibt nicht den einen Maßstab da draußen. Das ist Erleuchtung. Jeder Mensch ist wunderbar, wenn die Dinge um sie herum richtig arrangiert für sie sind, so wie sie es wollen, so wie du es willst. Wenn sich alle so verhalten, wie du es willst, bist du auch wunderbar. Wenn die Menschen sich nicht so verhalten, wie du es willst, wenn das Leben nicht so funktioniert, wie du es willst, dann bedarf es etwas mehr, um wunderbar zu sein. Wenn in deinem Leben also alles total schief läuft, in deiner Familie, in deinem Beruf, mit deinem Leben, alles um dich herum, wenn du immer noch wunderbar bist, sagen wir fürs Erste, du bist erleuchtet. In Ordnung? Wenn du einen Maßstab anlegen musst, aber etwas Wunderbares ist passiert, etwas so Wunderbares, dass nichts dieses Wunderbare beeinträchtigen kann, sagen andere Menschen, das ist Erleuchtung. Du sage das nie. Ich strebe nach Erleuchtung bedeutet, eines Tages wirst du dich selbst als ich bin erleuchtet erklären. Dann wird jeder wissen, dass du ein Spinner bist. Wenn andere sagen, oh, er ist erleuchtet, gut, du erklärst, ich bin erleuchtet. Das wird ein Härtefall sein, nicht wahr? Du magst wundervoll sein, aber du bist deiner wundervollen Seite nicht treu. Du bist freudig, du bist manchmal glückselig, du bist sogar liebevoll, aber du bist diesen Eigenschaften nicht treu. Eine schöne Blume verströmt Duft. Die Blume ist sehr treu. Auch wenn du sie pflückst, duftet sie immer noch. Auch wenn die Kuh sie auffrisst, duftet sie, auch wenn die Biene herumwuselt, duftet sie. Sie wurde nie wütend und verwandelte sich in ein Stinktier, jemals. Aber du bist nicht so. So bist du wunderbar. Wenn dich jemand stichelt, wirst du zu einem Stinktier. Du bist deiner wundervollen Seite nicht treu. Dies geschah. Shankaran Pillai betrieb eine Tierhandlung und dort gab es einen schönen Hund. Einen golden Retriever, einen wunderbaren Hund. Jemand kam, um diesen ausgewachsenen Hund zu kaufen. Sie fragten, wie viel? Er sagte, 2000 Dollar. Er sagte, was? 2000 Dollar für einen Hund? Ist das nicht zu viel? Shankaran Pillai sagte, sehen Sie ihn nur an. Ist er nicht wunderbar? Der Mann sah ihn sich an und sagte, ja, er ist ein wunderbarer Hund. Er zahlte das Geld. Er nahm ihn, aber er fragte, ist er treu? Natürlich ist er treu. Ich habe ihn siebenmal verkauft und innerhalb von Stunden ist er zurück. Also bist du deiner wundervollen Seite treu? Das ist alles, was du tun musst. Anstatt nach Erleuchtung zu streben, tu er einfach nur das. Wähle irgendeine Sache. Ich werde es dir überlassen. Entweder Freude oder Glückseligkeit oder Liebe oder Wut oder Hass. Du wählst, was immer du willst. Sei einfach eine Sache treu. Jeden Moment deines Lebens. Wie ist das? Du wirst erleuchtet werden. Das Problem im Moment ist das der Treue. Du jagst weiter deinem eigenen Schwanz hinterher. Du läufst weiter, natürlich, aber du denkst, dass du irgendwo hingehst. Du gehst nirgendwo hin. Besonders wenn du nach Erleuchtung strebst, gehst du ganz bestimmt nirgendwo hin. Bleibe nur einer Qualität treu, die du auswählst. Ich werde dir nicht mal sagen, sei liebevoll, sei freudig, sei glückselig. Nein, wenn du Wut magst, wenn du Hass magst, wenn du Eifersucht magst, aber jeden Moment musst du so sein. Das ist alles. Deine Arbeit ist getan. Wirklich, das ist alles, was es braucht. Was auch immer geschieht, was auch immer geschehen mag, sei du nur einer Eigenschaft treu. Wenn du unerschütterlich bist, ist das alles. Im Moment ist das Problem, es geht überall hin und her. Jeden Moment endet sich deine Treue, nicht wahr? Wenn du hier sitzt, ja, Satguru. Nur eine verdammte Sache. Wähle irgendeine verdammte Sache. Sei nur dieser einen Sache jeden Moment deines Lebens treu. Die Sache ist erledigt. Die Sache ist erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020